Was sind Unternehmensplanspiele? Unternehmensplanspiele basieren auf dem Prinzip Learning Business by Doing Business und das in einem realistisch simulierten Unternehmensumfeld. Genau wie ein Flugsimulator es Piloten ermöglicht, den Umgang mit komplexen Situationen risikofrei zu trainieren, ermöglichen Unternehmensplanspiele den Teilnehmern praktische Erfahrungen mit realen Problemen in authentischen Unternehmenssituationen zu sammeln und das ganz ohne Angst vor Konsequenzen. Unternehmensplanspiele sind realitätsnah, risikofrei, interaktiv und motivierend, zeit- und kosteneffizient. Aber vor allem machen sie viel Spaß. Unsere Unternehmensplanspiele können je nach Bedarf als Classroom-Training, Online-Seminar oder im Blended-Learning-Format eingesetzt werden. Also, wie können Sie und Ihre Organisation von Unternehmensplanspielen profitieren? Unternehmensplanspiele können eingesetzt werden Klassisch als Werkzeug der Personalentwicklung zur Verbesserung von unternehmerischem Denken und Handeln. Als Instrument zur Förderung der Kommunikation, des Verständnisses und der Unterstützung strategischer Veränderungen in der gesamten Organisation. Als Methode zum effektiven Rekrutierungsmanagement und zur Stärkung der Unternehmensmarke in Wettbewerben. Und als Medium zur Simulation zukünftiger Trends, Märkte, Verhaltensweisen und realistischer Szenarien für die Entwicklung von Strategien. Darüber hinaus dienen sie als wertvolle Komponente zur Leistungsmessung von unternehmerischen Kompetenzen. Unternehmensplanspiele bringen Mitarbeitern, Kunden und Talenten die Herausforderungen des Unternehmens und des Marktes näher. Mit Formaten wie Online- und Offline-Wettbewerbe, Events, Workshops und Seminare bieten sie volle Flexibilität beim Einsatz. Je nach Konzept können die Teilnehmer individuell, im Team oder als Konkurrenten gegeneinander antreten. Aber das ist noch nicht alles. Wir bei TopSim bieten verschiedene Service-Levels für die Implementierung von Unternehmensplanspielen an. Identifikation von Trainingsbereichen, in denen unsere Lernlösungen den größten unternehmerischen Nutzen haben. Erstellung von Simulationen, Lernplattformen oder Lernarrangements nach ihren Bedürfnissen. Schulung von potenziellen Trainern und Moderatoren, um Business-Simulationen effektiv einzusetzen. Kompetente und maßgeschneiderte Trainingskonzeption, Durchführung und Evaluation aus einer Hand. Technische, konzeptionelle und inhaltliche Unterstützung bei der Erstellung spielerischer Lernlösungen für unternehmerische Herausforderungen. Messung, Evaluierung und Verbesserung von Leistungskennzahlen, um den Return on Investment zu verfolgen. Möchten auch Sie unsere Unternehmensplanspiele einsetzen? Kontaktieren Sie uns noch heute und gestalten Sie mit uns Ihr neues Lernerlebnis. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020